Brustwarzenkneter, du Kleiner! Guten Tag zu einer kleinen Runde Battlefield 3 mit eurem Krank. Hier bin ich. Guten Tag zusammen. Ja, wie ihr auch hier schon sehen könnt, bin ich mit meinen Freunden Steve Buscemi und Louis Gossett Jr. unterwegs. Das ist mir gerade so eingefallen. Ich bin ein witziger Typ, der auch mal gern den Fischteich von unten hämmert. Ein Aufzugknopf. Den drücken wir. Schön gemacht, übrigens. So, meine Herren, bitte eintreten. So, ja, ja. Mach dich nicht so breit, junger Herr Steve Buscemi. Hab ich nicht gern. Ui, muss der brechen? Ich hab extra mal ein bisschen die Kopfhörer weiter nach oben gemacht, damit ich meine eigene Stimme besser hören kann, weil ich die einfach geil finde und mir auch mal gern einen drauf abkämme. Deshalb, ja, nur so zur Information. Gucken wir uns das mal genauer an. Lass mich durch, du Arschloch! So, oi. Da ist ja tatsächlich Stress passiert hier. Ui. Sieht echt unputzig aus, das Ganze. Auch wenn eine Katze auf dem Bildschirm erscheint. Ui, ui, ui. Ist ja eine schöne dunkle, regnerische Nacht. Die hält einem auch den Zipfel in Schwung. Das sag ich euch. Ja, weil feucht. Mein je, die Witze, die sollte ich mir aufschreiben. Dringend. Ah! Ein Flammenwerfer, Junge, war das. Jetzt hab ich bestimmt Ärger an der Backen. Bleib hier, junger Mann! Ha, gestolpert ist er. Ein Fettsack. Er hat wahrscheinlich dicke Knochen gerade, so wie ich. Ah! Du Brustwarzenkneter, du Kleiner. Mein je! Nee! Das war ein beschissener Auftritt hier. Die kicken mich! Ah! Die machen mir den Sauertopf wulstig. So, willst du einen Kopfschuss haben, junger Mann? Kopf erwischt. Super. Machen wir sie doch weg! Ha, 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 ha! Oh! Das hört... Oh, das hört ja gar nicht mehr auf. Die kommen ja wie die Kasperchens aus dem, ja... Beate-Use-Titten-Kabinett. So. Jetzt! Was willst du? Kriegst Granate, junger Mann! Jetzt mal gucken, ob das auseinanderknetet. Ha, 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 ha! Schönes Ding. Ja, das hat sich noch ein bisschen was vom Kiefer gelöst. Weiß auch nicht. Muss defekt gewesen sein, so. Jetzt hab ich sie aus dem Fickwinkel, ähm, ja, verloren. Ein paar hab ich erwischt. Mehrfach-Kill sogar. Ha, ha, ha! Dann haben sie mich erwischt. Eine wahre Geschichte. Heute hat sie sich gerade zugetragen. Gerade eben, was für eine Scheiße. Ich fühle mich, ja, von allen Seiten gemieshämmert und gearschbumpelt. Ja, gute Nacht. Dann haben sie mich, ja, von allen Seiten gemieshämmert und gearschbumpelt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020